Hertha BSC hat die Bundesliga mit einem 2 zu einem Sieg gegen Wolfsburg verlassen. Die Planungen für die zweite Bundesliga laufen jedoch schon seit längerem auf Hochtouren. Hertha Talent Pascal Clemens verlängert seinen Vertrag. Der Vertrag des 18-jährigen Innenverteidigers, der am Samstag sein Startelfdebüt im Profiteam gegeben hat, wäre am Saisonende ausgelaufen. Borussia Mönchengladbach soll schon wieder Interesse gezeigt haben. Auch der HSV und Werder Bremen sollen Interesse an Clemens gehabt haben. Clemens selbst sagt dazu, Hertha ist mein Verein. Ich bin unheimlich glücklich über das Vertrauen der Verantwortlichen, dass ich mit Beginn der neuen Saison mit täglicher Arbeit zurückzahlen möchte. Manche Spieler werden den Verein allerdings auch verlassen. Hertha BSC verabschiedet Stevan Jovetic und Chidi Raijuk. Jovetic war 2021 ablösefrei aus Monaco gekommen und kommt in 40 Spielen auf 11 Tore und 4 Vorlagen. Chidi Raijuk kam vergangenen Sommer auf Leihbasis von ZSKA Moskau und kommt in 20 Spielen auf 3 Vorlagen. Die Rückrunde verpasste er jedoch größtenteils aufgrund einer Verletzung. Auch der suspendierte Ivan Sonjic, der auf Leihbasis aus Birmingham kam, wird den Verein verlassen. Aber auch Spieler, die noch unter Vertrag stehen, könnten und werden den Verein im Sommer verlassen. Wie die Medien berichten, hat Jovetic Kenney seinen Wechselwunsch beim Verein hinterlegt. Er möchte wohl weiterhin auf Erstliganiveau spielen. Kenney kam vor der Saison ablösefrei von Everton. Angeblich soll Kenney bereits Anfragen von mehreren Bundesliga- und Premier-League-Klubs vorliegen haben. Allerdings wird Hertha wohl auch selbst auf dem Transfermarkt aktiv werden. Hertha möchte wohl Diego Demme vom italienischen Meister SSC Neapel verpflichten. Demme soll wohl bereits für Gespräche in Berlin gewesen sein. Der defensive Mittelfeldspieler kommt diese Saison nur auf sechs Teileinsätze für Neapel. Momentan verdient er dort drei Millionen Euro im Jahr. Er soll jedoch bereit sein, auf viel Geld zu verzichten, um endlich wieder spielen zu können. Die Medien berichten nun von einem möglichen Tauschstil. Lukas Tussard könnte für elf Millionen und Diego Demme im Gegenzug zu Neapel wechseln. Aber auch auf der Trängerposition wird demnächst Klarheit herrschen. In meinem letzten Video habe ich berichtet, dass 777 Partners Florian Kohfeldt als Trainer bevorzugen würde. Wie nun allerdings der Tagesspiegel berichtet, spielt Kohfeldt in Herthas Planungen keine Rolle. Top-Kandidat soll weiterhin Pal Dardai sein. Der erste Hertha-Profi machte sich nach dem Wolfsburg-Spiel bereits für Pal Dardai stark. Florian Niederlechner sagte, ich hätte nichts dagegen. Jeder im Klub weiß, was er an Pal hat. Er ist eine Vereinsikone, jeder Fan liebt ihn. Das sind Entscheidungen, auf die ich keinen Einfluss habe. Aber ich glaube, dass das Spiel etwas Positives war. Wie die Medien nun berichten, wird die Trängerentscheidung bis Mitte dieser Woche geklärt sein. In den nächsten Tagen werden wir also um einiges schlauer sein.